Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Battle Wars und wie auch schon in der letzten Folge sind wir wieder zu dritt mit allen dabei mit Tobi, Flori und mir. Und mir. Und ja in der in der letzten Runde, die war ja nach drei Minuten 45 zu Ende, da vor die Runde ging ja eine Stunde, also ist das eine Dämische. Moment Flo, kommt an dem Tag an dem die drei Minuten Folge kommt, also für uns morgen, kommt da auch Aura? Ja, muss ich, ich muss das heute noch ändern, aber sehr gut, weil dann habt ihr ja abends doch noch Content, das heißt ihr seid auch für den Abend versorgt und nicht nur für drei Minuten. So. Der Ole. Okay. Bis gut da drin. Ja, ähm. Ohle, komm, du machst ja. Ohle, du haust jetzt einen raus hier. Wunderbar, wunderbar. Ein Traum, Ole, mit dir zu arbeiten. Guck mal, hier ist vier Eisen. Ich werfe hier vier Eisen hin. Nein, der Ole hat keine Blöcke mehr. Scheiße, wir haben verloren. Ohle hat sich das ganze Eisen gesnackt. Ja, hast du keine Blöcke? Ne, ich hole welche. Oder Flo hat welche. Sehr gut, Flo kommt. Ja, aber nur 13. Egal, das reicht. Das reicht, oder? Ne. Das reicht nicht, aber egal. Du holst dich hier gleich eine schöne, äh, sehr gut. Ja, komm mal. Ja, die bauen sich alle hoch, das ist das Ding. Ich bin zu blau. Ja, sehr schön, ich komme hinter dir her, Flo. Boah, einfach zu dritt stürmen wir. Von Team Gelb und, äh, grün. Ja, das ist ganz schön schlecht, ne? Nein, ja, aber wir haben doch noch den Ohle. Wie sie going? Ich hab's zerstört. Sehr schön, aber wir haben doch noch den Ohle. Ja, wir müssen noch mal. Ja, ich bin jetzt ja auch wieder bei unserer Base. Ich bin oben beim Roll. Ich hab einen von Team Roll schon getötet. Ja, ich auch. Wir holen wir direkt neue Rush-Sachen. Ähm, ja. Obwohl man hier dicke aufpassen muss, weil das Bett so direkt am Anfang steht. Aber war auch in der... Runde gerade so. Ne. So ungefähr. Äh, wir brauchen Ohle, Flo. Bevor du jetzt weiter Rush, wir brauchen Blöcke, weil die anderen haben sich hochgebauscht. Ich hab... Ich hab... Ach, sehr gut. Team Blau, keine Gefahr. Gut. Ähm, dann holen wir uns jetzt Team, äh, Gelb, Flo. Also direkt rechts. Okay. Oh, Alter, wir sind voll die... Ja, keine Ahnung, die Pros. Genau, bei der letzten Aufnahme, aber das ist ja ne kleine. Ey, Jungs, Rot kommt, Rot kommt. Ja, got it. Die bringen sich mit Grün. Ja, Grün sind wir. Ja. Ich save... Die gehen zu unserer Base. Ja, ich save die. Ne, die sind nicht da. Was machen die? Ich bin oben. Ähm, einer kommt... Einer baut unseren Weg ab. Kacke, das ist ganz schön. Ja, nein, die werden jetzt beide... Ja! So schön, Gelber. Gelber, du bist... Du bist OP. Die hat ja einfach mit dem Rückschuss beide von hinten runtergeboxt. Haha. Nice. Oh Mann, Gelber, dafür müssen wir jetzt dein Bett zerstören, ohne Witz. Ja. Ah, ne, lass uns Team Rotbett zerstören, okay? Ja, bin ich gerade auf dem Weg. Ja. Ich tu mir jetzt den besten Bogen. Ähm, Tobi, pass auch auf Team Gelb auf jetzt, ne? Ich geh von unten, Flo, du von oben. Alles klar? Jo. Haben wir die gute Ablenkung? Scheiße, das schaff ich nicht. Aber ich hab noch nicht... Oh, Tom, richtig OP. Nein, der hat sich... Der ist davor gesprungen, Flo. Nein. Ich hätte da... Ich hab das Bett wieder abgebaut. Also, wieder die Abbauanimation und dann springt er davor. Ich war so OP, ich hab einen Equipten so Hammer runtergeschlagen. Tobi, hast du einen Bogen jetzt? Ja, ja. Sehr gut, dann... Dann pass auf, dass keiner zu uns kommt, weil die werden jetzt Agro auf uns sein. Weil die wissen, dass... Ah, nein, ich hab keinen Pfeil. Ich brauch ein Gold. Hab ich nicht. Hab ich nicht. Äh, hol mal ganz schnell. Ja, kann ich nicht. Ich bin Rush-Equipped. Ja, ich auch. Weißt du, Alter. Oh, pass auf. Da kommen wir hier. Ja, ich wollte das Eis nehmen, Wegweff. Okay, Flo, direkt wieder zu Rot. Ich geh durch die Mitte, du außen rum. Tobi, pass einfach auf, dass jetzt gerade keiner von Rot kommt. So, ich bin schon wieder auf dem Weg. Ich bin schon am Gang. Ja, ich bin hinter dir. Da ist gerade nur einer, Flo. Okay, da bläh nicht direkt hinter dir. Da sind zwei. Okay, ich boh direkt das Bett ab. Guck mal, die checken's nicht. Die sind behindert, sind die. Nein. Ich hab's. Du bist mir in den Weg gelaufen, Flo. Nein, ich hab's. Ich hab's. Nein, du hast das Bett von Team Rot zerstört. Steht doch bei mir. Bei mir steht... Nee, stimmt. Du hast es echt zerstört. Gelb bei oben. Ja, macht ja nichts. Gelb bei was? Dann machen wir das Bett jetzt kaputt. Ja, dann mach schnell. Ja, ich musste mir eben Blöcke und Spitzhack holen. Das macht voll Spaß. Ja, ne. Ey, Tom, warte kurz. Ja, ja, ja. Nimmst du eigentlich immer einen Rückdostknüppel mit? Nee. Ich schon. Oh, fuck, hier ist ein gelber, Tom. Mach, komm mal hier zurück. Jo, den hole ich. Ich hab ganz viele nicht herzen. Komm schon. Okay, komm, dann jetzt zu gelb durch. Ich hab das eine Gold. Nein, oh, einer muss auf uns aufpassen. Tobi, bist du bei uns? Jetzt ist es gleich. Sehr gut, dann geh einfach zu uns. Wir machen Team Gelb. Check uns grad auch nicht. Ja, Flo, komm, du schaffst das. Ich bin ein bisschen Delay hinter dir. Delay? Ja, du kriegst es. Jawohl. Okay, Flo, direkt Toten jetzt hier. Bam, einer ist quasi down. Ich hab einen runtergeschubst. Oh, ich krieg den, glaub ich, nicht. Ja, doch, hab ihn. Sehr schön. Und der nächste rennt, glaub ich, in die Mitte, oder? Wenn ich das richtig gesehen hab. Zwei sind da noch. Zwei kommen aus der Mitte. Nein, Tobi, bleib einfach bei unserer Base, okay? Mach keinen Stress. Nein, mach keinen Stress jetzt, Tobi. Das sind zwei. Einer rennt zur Base. Einer rennt zur Base. Einer rennt zur Base. Ja. Ja. Keine Ahnung, Alter, ich bin doch hier. Lass mich den töten, Flo, lass ihn. Pass auf, der schlägt dich runter. Ah, okay. Passt. Und jetzt ist da rot. Ja, nee, ich hab nur ein Leben deswegen, aber, äh. Ja. Ist egal, wir haben ein Bett. Ja, hier ist der rote. Hier sind beide rote. Ich boxe ihn einfach in das Standbild. Äh, rot hat noch vier. Gar keine Ahnung, wo der sein kann. Ja, aber hier waren zwei rote. Deil. Tobi, pass auf, da sind ganz viele in der Mitte, rote. Rot lebt noch? Ja, vier Stück. Die haben nur kein Bett. Deswegen sollst du zu unserer Base, damit wir... Ey, wo ist denn der Ole? Ich brauche ein Schwert. Ole? Ich werde gerade von denen gerusht. Ey, wo ist der Ole? Der, der ist da, der steht da. Ach ja, hier ist ja nur Eisens, vorne. Und ich warte, dass der Eisens, find ich Idiot. Ist der in der Mitte? Ja. Ja, das hab ich dir bereits vor zwei Minuten gesagt. Ich werde die jetzt holen. Wenn ich das darf. Ich bin nicht gut equipped, aber ich bin... Ja, ich renne mal zu deren Base durch. Nice, Joby. Aber ich bin so equipped, dass ich mir die holen kann. Wieso willst du zu deren Base? Weil ich hier goldene Eisen bekommen habe. Und jetzt nur noch einer. Wo ist der? Bei Rot? Ja, bei mir. Alter, komm, neuer Rekord. Neun Minuten. Ich hab ihn runtergehauen. Ja! Sehr schön, neuer Rekord. Leute, Alter, ich würde sagen, dafür gebt ihr jetzt auch wieder einen Daumen hoch, bitte. Und, ja, vielleicht kriegen wir es ja auch nochmal in eine längere Runde. Also, wir machen es natürlich immer so, dass die so kurz wie möglich sind. Nein, übermorgen, Tobi. Dass die so kurz wie möglich sind. Versuchen es. Aber, ja, wenn es eben eine lange gibt, dann nehmen wir eine lange. Und deswegen lasst eine positive Wertung da für mehr Bad Wars. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.